Servus und herzlich willkommen bei den Grazer Casual Gamers. Heute mit einer Runde Dirty Bomb. Toto ATV noch nie. Ja toll, bin schon wieder tot. Ich weiß nicht, mit dem Airstrike, ich treffe nie was, andere treffen damit. Schau mal ob ich einen treffe. Positioniert habe ich einen gut, jetzt habe ich einen erwischt. Sehr spannend, gleich am Anfang mal ganz viel zuschauen. 4, 3, 2, komm, komm, komm. Ich darf wieder mitspielen. 3, 2, 1, 2, 1 nerf. 2, 3, 2, 3, 2 Wo ist meine Munitionskiste hingeflogen? Die ist weggepackt und jetzt kann ich nicht. Jetzt habe ich genau 18 Schuss genommen. Das ist schlecht. Aber einen habe ich noch erwischt damit. Er muss halt auf den Sidearm wechseln. Hebt ja nichts. Weil Waffen aufheben kann ja nicht, oder? Ja. Man muss halt ein Bild diegeln. Diegeln ist ja die beste von denen. Ach. Leider. Oh, how fast waiting for you. Granaten! Das ist so geil. Oh, how fast waiting for you. GRANATEN! Voll motiviert. Äh, GRANATEN. Ach Gott. Dann wechsle ich halt aufs Messer, bin ich schnell. Hat's geheißen. Oh shit, ich bin fast tot. Scheiße, da ist aber dran die Bombe zu legen. Ja. 2 drauf. Scheiße. 2 drauf. Scheiße. Ich bin fast tot. Ich weiß nicht. Ich bin fast in die Luft geflogen. Ja, was, was. Ah, ich räche dich. Ah, der hat's mir weg. Der Frager hat einen Körperpanzerang, die ist abhattig. Was tut er da? Oh mein Gott. Kann man so dumm sterben? Steht das, wenn sie das Kler platzieren. Komm laut nach. Scheiße. Habe dich gerecht. Danke. Aber Headshot geht noch nicht so sauber, leider bei mir. Gut. Ich rate mal, warum ich mit der Neda spiele und die Dame mit dem Granatenwerfer. Ja. Komm, 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 komm. Steh auf, steh auf, steh auf. Fuck, da kommen einige. Wo? 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 Unten, unter der Brücke. Komm, sicher, Fischstück. Fuck, lauf. Ja, und ich hab nix. Ich hab aber Airstrike gezeigt. Ach shit, ich hab jetzt noch überlebt. Na, warum fliegt er nicht um? Nein! Ich hab dir geholfen. Mit dem letzten Schuss hat er mich eliminiert. Steh mal auf. Ja, steh mal die auf. Fuck, wieder Airstrike. Oh, links. Oh. 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 No! Yan intensiv. Nein! Haben wir es defused? Nein, noch nicht. Unter der Brücke sind ganz viele. Aber ich schau, das ist irgendwie... ...und fein. Ja, von unten kommt da niemand. Fast and shift, sehr fein. Gute Teamlösung. Scheiße, von unten, von der Brücke sind da gekommen. Ah, fuck, ich bin voll weggenutzt. Scheiße. Uh, der Airstrike sitzt jetzt der von dem, der den hinkert hat. Ich hoffe. Alter, da werden jetzt einige draufgehen. Wir gewinnen die Runde. Kann ich jetzt ein? Go, 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 jetto. Warte. Whatever. Keiner erwischt? Okay, interessant. Wie gesagt, von mir. Ja, gut. Ich habe mich selber in die Luft gesprengt. Auch nicht schlecht. Äh, okay. Hinter uns ist einer. Hat mich gerade erledigt. Sie haben, glaube ich, jetzt viel geblieben. Ja, geh kaum, scheißen. Ja. Verlängerung. Wir müssten es entschärfen, gell? Ja. Oh Gott, er hat meine Granate abgefangen unten. Ja, schau, es geht hoch. Nein. Natürlich haben wir es nicht. Leck mich, das war knapp. Nein, das ist explodiert. Ich glaube, sie haben es explodiert. Ja, sicher. Sie haben es explodiert. Ah, deutsch ist natürlich jeder. Mann, stimmt. Ah, fuck. Das ist schon der erste. Aha. Aufs hinten durch, oder da durch. Hier. Was? 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 Wie kann der hinter mir gewesen sein? In dem er war doch gerade noch einer von uns? Jetzt sind sie von überall gekommen. Was? Ah, fuck. Er hat gerade eine Granate im Anschlag gehabt, in dem Moment wo ich ihn angeschossen habe. Ich hab's erzählt. Ich hab's erzählt. Ist ziemlich OP, finde ich, die Granate. Äh, der Frager mit der Granate ist ein bisschen sehr heftig. Einer ist im Zug. Was? Ganz schlecht. Ja, ist schade. Ich mein, da ist einer von uns drin und schaut nur blöd. Aber wir haben es abgewehrt. Da ist, glaube ich, einer im Zug drin. Ja, und da kommt einer. Shit. Das ist okay. Fuck. Ah, scheiße. Wo ist denn die herkommen? Oh, Mann. Shit, Alter. Ja, mehr Diffusion. Shit, keiner von uns dran. Scheiße. Ah, hinter uns ist sie. Auf einer jetzt wenigstens reinkommen zum Diffusion. Ah, super. Nein, nicht einer. Nein, die bekämpfen das links und rechts. Ja. Nein, sie machen es nicht so schlecht. Das war's, ey. Shit. Aufpassen, dass da nicht hinter uns spawnen. Ah, da kommt ein Zug jetzt. Pass auf, dass du nicht überfahren wirst. Das ist mir nämlich letztens passiert. Shit. Du, wir haben noch. Alles ist genau, das zu sein. Sauber. Ah. Irgendwo waren sie nach Zwöljern, oder? Mehr Tyrodot. Keine Pilze. Ich bin ganz spät. Ach so. Na ok, ich hab mich selbst eliminiert. Schaut, dass ich oben weg. Ach, da unten ist er. Pack dich schnell. Feet da gleich. Ah, da vorne, ok. Ja, leck mich. Leck mich. Leck mich auf. Hab drauf. Ja. Don't let the Lever Team, they are bloody objective. Reloading. Komm da noch rein? Ja. Feet da gleich. Aha, das war... Da unten? Ja, ich bin da unten. Was ist denn die Aufkommen? Ja, aber danke. Okay. Pfff. Granaten. They block the objective. Back. Back. Ohhhh. Hat dich da Granatenwerfer getroffen. Ohhhh. Hat dich da Granatenwerfer getroffen. Scheiße. Ah, ok. Ah, ok. Der Torak ist ein bisschen abbauteck, ja. Hm, halt noch. Mann. Ja, super. Kick home. Ernsthaft. Weil wieder auf einmal alle tot waren. Ah, da hinten. Verstecken sie sich in ihre Lecher. Da unten Stehenzer. Okay. Ah, die Munition ist wahrscheinlich leer bei dem Spiel. Ja, aufgeschaut geworden. Haaa. Bist du teppert. Wer hat denn den Airstrike für eine Kaut da gerade? Keine Ahnung. Ja. Ich laufe schneller, Harry. Yes. Harte Runde, aber gut verdient. Ja. Gewonnen. Wow, meine Stats an. Oh, gut. Sogar positiv. Ja, innert sie. Ah, ich bin zufrieden. Good game. Und so macht man auch Kohle in der Rebomb. Yes.